Chakrasana, das Rad Komm in die Rückenlage und stell beide Füsse am Gesess schulterbreit auf. Leg deine Handflächen unter die Schultern auf die Erde. Nimm einen tiefen Atemzug und schieb dein Becken hoch, bis du deinen Kopf abstützen kannst. Wenn du genug Kraft hast, streckst du deine Arme und entspannst deinen Nacken. Deine Füsse und Knie bleiben dabei hüftbreit. Hör gut auf deinen Atem und komm vorzeitig herunter, sodass du noch genug Kraft hast, langsam und kontrolliert in der gleichen Reihenfolge aus der Stellung zu kommen. Stütz deinen Kopf zuerst ab und roll dann über den Nacken, Wirbel für Wirbel, zurück in die Rückenlage. Stütz deinen Kopf 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 Stütz deinen Kopf